Hallo meine lieben YouTube-Freunde! Heute mache ich ein Slash-Piano Und kein Plan was ist, ich spiele jetzt einfach Piano und Ja, ja, Piano. Ihr wisst ja. Piano Also ich spiele Let It Go Oder wie man das nennt Auf dem Piano. So halt. Also ich zeig euch das mal. So ist es Normal So Sind hier die Tasten Nur halt nicht da Ok. Ich werde jetzt auch anfangen So 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 Die Kamera rutscht. Das ist scheiße. So. Tja und das war es eigentlich, wie ihr unschwer erkennen konntet, kam da so eine Art Welle runter. Tja und so weiter. Also, ihr habt ja vorhin gesehen, es gibt so Dinge. So das Klavier mit den Tasten und das halt mit den Bällen oder Kugeln oder Murmeln. Ich nehme das immer mit dem Murmeln, weil das etwas unkompliziert ist und ich muss erstmal den lernen. Das, ja, Piano spielen. Und schreibt in die Kommentare, ob ich weiter damit machen soll. Und, ja. Da es erst sechs Minuten sind, spiele ich hier am liebsten noch eins. Ich habe nur zwei. Also. Das ist irgendwie... Von wem ist das? Ich glaube von... Jetzt muss ich hinschauen, was für ein... Von wem das ist. Beethoven. 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 Yay. Jeder wollte ein Video über Beethoven hören. Und so. 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 Amen. Die Kamera rutscht ständig. Die Kamera rutscht. 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 Die Kamera rutscht.